und So müsste wieder gehen Nice music digger Yeah 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 Ja ich möchte eine Zusammenfassung Untertitel? Nochmal Parker und seine Tante May waren für mich da Und auch Spider-Man, der wie ich später erfuhr Pete ist Verrückt, was? Als dann die Teufelsatemkrise begann, wurde es heftig Die ganzen Spidey-Super-Schurken tobten sich aus Ich habe ihm geholfen, so gut ich konnte Und danach dann, ob ihr's glaubt oder nicht, biss mich eine Spinne und alles wurde anders Damit Mom sich keine Sorgen macht, ging ich zu Pete Und jetzt sind wir offiziell Spider-Bros Er hat mich trainiert und so langsam habe ich den Dreh beim Netzschwingen wirklich ganz gut raus Ich versuche noch das mit allen anderen Verpflichtungen unter einen Hut zu kriegen Schule, Freunde, den Umzug Ich bin vor ein paar Wochen nach Harlem gezogen Aber ehrlich, ich kann kaum erwarten, was die Zukunft bringt Spider-Man Miles Morales Ich bin gespannt Ich bin Ihm mit Ich binождiert Das mightier Aber ich seed auch immer gut aus Schwickersfäden Unglaublich Ich weiß nicht Unglaublich Musik ist nice Das war die Qualität. Lass uns mal rum Let's go Das sieht echt saugeil aus Das sieht echt saugeil aus Oh Danke kleiner Genabe Das ist so cool. Ich mach das. Hey, danke. Kein Problem. Hey, er hilft da überall, der Typ. Waren Sie den neuen Spider-Man auch noch? Der kleine? Ja, vielleicht. Das Original sagt's. Nimm mehr zu, okay? Klar. Hey, ist Tios Bodega hier in der Gegend? Ja, das gelbe Schild im Block runter. Nicht zu verfähigen. Danke. Tolle Arbeit übrigens. Aber müssen Sie etwas Platz für den neuen? Man weiß ja nie. Dimmli 92 is now live. Strömung Muffles Spider-Man Miles Morales, lächelndes Gesicht mit lachenden Augen Feuer. Alter, schlägt doch was. Boah, das ist echt mega. Hab ich den Konvoi verpasst? Noch nicht. Ein paar Häftlinge fehlen uns. Oh ja. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Wirklich gut. Das Raft sieht schlimm aus, aber sicher ist es. Solange Sie wenigstens die Ophoposlöcher gestoppt haben. Hoffentlich. Okay. Ich komm näher. Bin gleich da. Ich sag Mom, dass ich später komme. Haha, das ist ja mega was. Miles, que tal? Hast du meine Einkaufsliste? Hey Mom. Ja. Aber in der Bodega gab es keine Kokosmet. Ich schau nochmal woanders. Oh danke. Und geh nicht nach Mittag. Dieser Gefängnis-Control sorgt dafür ein Verkehrschaos. Boah, das sieht mega aus. Bis später Mom. Mann, wie schafft er Speed mit seiner Geheimidentität? Ich mach das total fertig. Okay, aber das Schwingen muss ich noch ein bisschen rauskriegen. Schöne Feuertagesbein. Schöne Feuertagesbein. Okay, bleib cool, bleib cool. Du hilfst Spiderman einen Gefängniskonvoi zu schützen. Du hilfst Spiderman in Buchst willen. Und eine Software in Buchstärkwung ist ja auch der Film. Das war auch der Film. Noch ein. Das ist ein Film. Nein, ich bin ja. Ich habe noch einen Film. Ich habe noch ein Film. Da kam gerade eine Minute lang. Lahnkabel verbunden, kein Lahnkabel verbunden, Lahnkabel verbunden, kein Lahnkabel verbunden, strange. Ja, burscht. Der Pete. Das ist eine große Sache. Muss es auch sein. Hunderte sind letztes Jahr aus dem Raft entkommen. Es wird Zeit, sie zurückzubringen. Die Polizei geht kein Risiko ein. Besonders nicht mit unserem Ehrengast. Wir haben mit der Dürrung mitzukämpfen. Ist einer von Doc Ocks Helfern da drin? Glaub schon. Vielleicht Vulture, vielleicht Skorpion, vielleicht jemand Größeres. Okay, wir haben ein Problem. Warte mal, lass mich. Ihr schockt das, Pete. Keine Sorge. Sollts nicht! Das ist sicher. Die dritten ab Jedik Zweifel. Es geht nicht, zieht mich mit. Da reagiert nicht. Achtung, gleich Knallts! Lahnkabel. Helix Zwei starten! Helix Zwei starten! Haltung, Achtung, Achtung! Helix Zwei ist unten, keine Verletzten. Halung ist beschädigt. Einsatzteam kommt. Durchhalten Helix 2. Tut mir leid, Mann. Das wollte ich. Ist okay. Wir schaffen das. Wir müssen das nur im Griff haben. Ich will Peach spielen. Ich muss einen anderen Spider wieder um den Laden gehen. Hallo. Wir werden spinnen. Oh je. Du willst dringend mit Peach spielen. Mann, du bist in der Fahrgastritt. Wieso schreit der Peach seinen Namen zu laut? Dann weiß doch jeder wer da ist. Fasst das vom Ton her? Das ist wieder irgendwas zu leise zu laut. Ich glaube, es sieht echt gut aus. Bitte? Nein? Also gut. Los, es geht los. Die läuft nach außen. Ist okay bis jetzt. Ich habe fast alle. Ich hatte fast alle. Ich muss P testen. Ich muss die Kontrolle zurück erlangen. Oh, oder wo? Was ist das Wort? Ernsthaft, du bist es mein Wort. Echt? Ich war das große Barriere. Oh, nice. Oh, der war gut. So nah war ich, glaube ich, der Großstrand. Ich bin echt irre. Wahres Kunstwerk, weg nicht. Du würdest es nicht sagen. Alex, der Lieblingsweihnachtssdienst. Nichts nach 1965. Boah, das geht ja wirklich auch gut. Oh, 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 das geht ja wirklich. Cool. Ich habe die Schlüssel weg hier. Hallo, du musst hier weg. Meyers, ich brauche Hilfe hier oben. Was ist das? Meine Pilzfaktstimmung ist dieses Jahr ein bisschen drüber, Alexei. Mann. Ich habe vergessen, wie man schwingt. Boah, das sieht so geil aus. Äh? Ups. Ich hätte ein Auto noch mehr geworfen, oder? Oh, das sieht richtig gut aus. Ja, ich helfe dir. Okay, Pete. Ich warte, bitte. Oh, 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 warte. Okay, ich helfe dir nicht. Fest halt, kleine Spinne. Ha, ha, alter. Spiderman! Hey, jetzt! Ich bröch dir Hilfe! Oh, hey! Oh, hey! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah! Pappi! Du bist sicher! Und nur Spiderman! Oh! Hast du weniger! Zerstörer mit dem Torbind! Wir fliegen müssen! Das ist der Volga! Hier! Das klingt nett! Die Macht überleben und tot! Erregt mich! Nicht so nett! Hab dich! Danke! Gern geschehen! Alter! Diese Special Moves! Nice, nice, nice! Du weißt, dass du Weihnachten ruhig hirst, oder? Die letzten sechs Weihnachten saß ich in der dicken Stahlmauer! Dieses Jahr will ich Spaß haben! Er ist deine Plage! Geil! So lasch! Er ist eine lahme Plage! Zu simpel! Vielleicht! Er ist eine schwachköpfige... Oh! Hey, Jonas! Siehst gut aus! Sehr festig! Plage! Eine schwache... türkische... irre... Plage! Ja! Genau! Hier! Ah! Miro, donde ist das? Es tut mir leid! Hey! Mom! Ja! Kokosmilch! Danach suche ich immer noch! Oh! Ist ein echtes... Abenteuer! Was ist? Kennst du? Ja! Tut mir leid! Ich will die Bahn noch kriegen! Nie, Ramijo! Dritt mich hinten an! Hol die Mädchen von der Pause! Bitte! Zima! Da ist das... Frisch? Ich will die Meister! Wau! Ich hab vergeschen den Kast oder so! Boah! Ich hab vergeschen den Kast oder so! Boah! Alter! Das sieht so geil aus! Wir müssen ihn erledigen. Schnell! Ja, wie machen wir das? Drehen wir die Heizung auf. Oh, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Alter. Peace, bist du okay? Oh nein. Oh nein, 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 nein! Alles klar. Ich hab ihn. Bin gleich da. Mach dich bereit. Okay. Ja. Gib mir ne Minute. Ja. Jo! Alter. Alter. Du schwindelst Spider-Man. Du machst alles nur schlimmer. Mann! Ich will euch doch helfen! Geht's jetzt! Ja! Ja geht's! Du feuern immer auf die Plattform. Woben sind noch mehr! Nichts egal wie glätte... achso. Wo ist es jetzt? Eine Finisher auszuführen. Geil. Geht's auf mich! Ich muss die Kerle aufhalten! Kommst du nicht durch! Ich versuche, das Spiel ist besser als Batman. Ich versuche, das Spiel ist besser als Batman. Aber auf das neue Batman, vollkommen hier. Oho. Die sind überall auf der Brücke! Woah. Woah. Oho. 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 Hans. Pudeln. Wach auf! Wach auf, Wach! Wach auf, Wach! Wach auf, Wach! Dieser Spider-Man ist kaputt. Ich möchte ihn gerne umtauschen. Ah, der ist doch gut. Mach jetzt! Verschwinde hier! Oha, der hat Blitze! LOL! Ist es ein Blitz Spider-Man? Was war das? Venom-Schlag! Oha! Venom-Schlag verursacht beim Aufbruch. Lightning heißt Blitz, du meinst. Verursacht beim Aufbruch von Venom-Schocker. Venom-Schock geschockte Gegner erleiden durch Basisengliftslosige Schaden. Geil! Okay, der ist trotzdem cooler Spider-Man, wenn ich heute spiele. Wie mache ich das überhaupt? Mit Elektro-Tüten? Und einer auf Weltinduktion? und einer auf der Welt nicht. Nein! Oh! 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 Geh runter! Du bist ein würdiger Gegner. Manche Leiden bringen dich auch nicht weiter, Alexei. Du hältst mich nicht auf! Du hast die halbe Stadt zerstört! Ist dir das egal? Alter! Alter! Die Fieferregung! Alter, hab viel gedrückt! Wenn ich gegen dich antrete, dann ist das weh! Wie heißt das? Du Tauben schießen! Du Tauben schießen! Nein! Nein! Ich hasse Tauben schießen! Huch! Uuuuh! Alter! Da war ich kaputt! Ja! 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 Simon Krieger, Leiter der Forschung bei Roxxon Energy. Ist mir ein Vergnügen. Gleichfalls. Ah, sorry. Unser Ball ist in ihrem Hof gelandet. Nein, das kommt uns ganz recht. Wir haben das hier gerade gekauft und wollten es sowieso abreißen. Aber ihr seid uns zuvor gekommen. Also vielen Dank, euch beiden. Rhino ausschalten? Alleine? Du wirst es noch weit bringen. Danke. Aber er ist noch gefährlich. Nein, wir übergeben ihn der Polizei. Wisst ihr, ich dachte, unsere Jungs seien zu viel des Guten. Aber dann passiert sowas hier. Oh, die Pflicht ruft. Hey, es war toll, euch kennenzulernen. Eine strahlende Zukunft. Hallo? Er hat recht. Verschwinden wir und überlassen das der Polizei. Also. Ja. Danke. Ja, okay. Oh ja, ich mache mir später auch eine Pizza. Boah, das wird geil. Mal die Spannung messen? Oh, Mann. Ja, sorry. Ich wollte es dir längst sagen. Ich bin erstmal nicht da. Die nächsten paar Wochen. Ist das einer von deinen Witzen? Nein. MJ ist für den Bugle im Ausland. Und will mich als ihren Fotografen. Es wird eine Art Arbeitsurlaub für uns. Oh, Mann. Hey, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Heute habe ich echt Mist gebaut mit dem Helikopter. Aber dann hast du abgeliefert. Du warst meine Rettung, Miles. Ich hatte Glück. Hey, ich habe das acht Jahre ohne Backup gemacht. Und du kannst mir glauben, ich habe viel Mist gebaut. Aber so lernt man. Was ist das? Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst legst du den Eid ab. Oh. Äh, okay. Ich schwöre, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Stadt zu schützen. Ich schwöre. Das war's. Ist das ein echter Eid? Natürlich. So was denke ich mir doch nicht aus. Dann bist du nicht, Spider-Man. New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Ich bin New Yorks einziger Spider-Man. Bitte versau das nicht. Okay, dann kann man es freischalten. Wenn und fertigkeiten, kann und fertigkeiten. Wenn ich mit der Reihe mache. Meine Musik ist auch megawatt. Ist das der Mann im Stuhl? Ja, wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mama hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park. Ich bin Luftknappen. Oh, perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Ha, definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horst. Oh, das klingt echt spannend. Klingt gleich da. Oh, das ist mega neustisch. Ich denke, ihr wartet wohl am Amphitheater auf mich. Moin. Moin. Dein Eichhörnchen. Dein Eichhörnchen. Dann werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal. Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf. Alter. Zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Oh, okay. Stattaufwärts findest du Teil... Nice. Hallo? Test, test. Test! Okay. Was finde ich? Sportswearanzug. Aber der hat auch was. Der sieht irgendwie... Man weiß ich nicht. Das sieht nicht so geil aus, Engel. Was ist das für einer? Verbesserter Tech-Taranzug. Alter, den wir die haben. Ja, Mann. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Ein Geschenk von Pete. Willkommen bei Just The Fact mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer, Jay Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Hast du ein Masochist? Brauchige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsschmelzen-Gala wurde abgesagt. Wegen ein paar Erdung. Super, Helm! Wird's nicht was Besseres? Oh, von dem hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Heart mit dem Danica Heart, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, Profitgierigen Colleges oder den Affinand von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man-Rhinos zur Strecke gebracht haben. Abonniert! Danicas neuer Lieblings-Podcast. Der Anzug sieht echt gut aus. Auf was? Hier bin ich richtig. Pete hat da so einiges vorbereitet. Malz, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Jeder ist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holotraining? Oh, ich bin bereit. Oh, ich bin bereit. Oh, ich bin bereit. Luftkampf. Den Gegner, seine Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblings-Move. Der Schwungtritt. Diese Holo-Technologie ist top! Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Das ist los! Wo ist die Alika-Pulon? Das sie in die Luft raus machen! Die Gegner sind unbefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Doppel-Effekt! Okay, ja! Der Hammer! Ein Hof auf Peter Puck! Jetzt kombinieren wir die Moves! Die sind in der Luft sehr gut unter Kontrolle. Und sie machen abgefahrene Geräusche! Klassisch! Ab hier! Beschädigt! Wo ist der andere? Überraschungsrunde! Denk schnell! L1-4-Walter... L1-4-Walter Aber kaum noch mehr! Achtung! Wir suchen jetzt etwas freier! Setz den Umschuss und Entwachtung ein um die Gegner zu erledigen! Seite, darauf an zu fallen! Hey! Halt das mal bitte! Wie sieht gut aus, meine Kumpel? Das ist ein Dringo. und dann das zeug und ich möchte ein fangen okay dann los ich habe alle muss wieder vergessen das ist offizielle spiderman technik und ihr seid keine vertragspartner Yo Alter 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 ich bin hier auf keine stichelein Das war ein Volltreffer! Jetzt aber schnell! Gib's ihm! Ah! Das war's für die Technikdiebe. Und jetzt zur Trainingssimulation. Kritischer Fehler im Schaltkreis AF15. Colonel Panic. Ich setz das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat schwingen, lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Ja... So... Alle schon eingeschlafen im Stream, oder wie schaut's aus? Das war's. Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plata vorbeischauen. Ich hab den Bildschirm auf groß. Ach so. Wie findest du das Game Set? Alter ich find's episch. Ja man. Du 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 du. Jetzt hab ich Bock Spiderman zu schauen. Aber spielen macht noch mehr Spass. Wir sind in den Charts von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich? Wow. Okay, okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Lachrichten. Nummer 1. Woher kommst du denn in den Kass? Ich komme aus Kuju in China. Als ich 6 war... Der Anzug ist richtig neustausend. Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort lautet Nuform. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Ja, sowas bräuchte Deutschland auch mal. Angetrieben von Nuform. Wir sind für Sie da. Ist bestimmt ein Superschöger dann. Am Ende. Oh, okay. Drücke für ein Netz rum durch das Fenster. Oh ja. Bäm, Alter. Geil. Da ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Hm. Sie hatten nach Nuform gesucht. Was hatten Sie nur damit... Die Tarregung war zu spät. Jungen. Ach, nein. Nein, diese Nacht haben kein Ende. Das ist keine Technologie. Aber Venom ist unschlagbar. Ja, die Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Oh shit, die sind so stark Da sind noch mehr auf dem Dach Wo? Oh Was? Der hat mich gekriegt? Scheiße Oh nein Oh 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 Wir brauchen Verstärkung Oh, ich kenn' ich ja noch gar nicht Leuchtenstäbe Ich muss mal heilen her Oh Ah Oh 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 Du hast keine Chance, gute Kollege Ja. Ja. Was ist dein Eingriff? Sie sind wohl hinter Nufo im Heer. Es ist noch nicht eingebaut. Sie reden über Lieferung. Seltsam. Sie ist seltsam. Hey, ich hab die Einkäufe für deine Mom erledigt. Aber sie fragt dich wo du bleibst. Tessl ist gleich fertig. Mist. Okay. Ich bring das zu Ende. Tessl ist gleich fertig. Wir wollen das Nufo in die Plaza bringen. Finde es aufs Weg. Oh, was ist das? Ah, was ist das? Oh, der war nice Das hat er, hat mir das noch zu tun Der von, das muss für dich oder hat mir auch Tinkerer, der ist da Puh, war doch mal was. Versuche das Büro. Ich muss nach Hause, Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe nur vorm Sache morgen an. So machen wir das. Oh, das war's. Oh, das war's. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir sehr gut. Ja, Fisch. Sieht gut aus. Sweet. Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Glück und schmeißen, Finn. Ihr werdet die Heißgrüne in deinen allerwertesten treten. Glück. Werdet die Heißgrüne. Was war das? Alles gut. Nur gekleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay. Schon okay, Mann. Ich bin froh. 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 Oh, das ist ganz schön. Ich bin froh. Dann haben wir keine Macht. Ich bin froh. Dann haben wir wieder das. 15 jahre in brooklyn ohne einen fleck und dann kommt vielleicht ein zeichen schön dass wir das baum noch haben von uns nichts ist wie ein echtes brooklyn weihnachten das hat er immer gesagt er hat sie doch ganz los aus kochen mit kurs auch nun ist der geheime gastonkel und die grunde du weißt dass ich ihn nicht hier haben möchte ich dachte nur wir reden später darüber ja ich bin wieder da was soll ich sonst noch machen kannst du musik auflegen wenn wieder da kauft jemand kopfhörer mutter ob sie das händen dann nicht hin das ohr klemmen warte auf die essenszeit bitte ich dachte wir hätten die formulare schon unterschrieben er muss nichts von ihm machen ach es nimmt kein ende keine platten hey mom wo sind dad's platten in meinem zimmer danke er hat was gesagt nein das glaube ich nicht der kerl ist doch verrückt mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt hey diese tapete ist so typisch abuela mom hat hunderte davon bestellt weil dad in einem artikel erwähnt wurde wer ist spider-man wenn du wüsstest mal was ist das muss beim umzug hier gelandet sein eine von dad's alten verlagten er ist der prowler ob dad ihn jemals geschnappt hat die habe ich seit dem rathaus nicht angefasst der jetzt lieblings album es lief jeden sonntag wenn er kaffee gemacht hat dann nehme ich das was ist mit dem anderen typen muss hier hin das ist sein bruder gut dass genki ein paar wochen bleibt nö wir werden ein paar nachtschichten einlegen müssen ich bin hier noch nicht ganz angekommen es ist immer noch abuelas wohnung nicht unsere und munz ich bohrer zu tun vorax mit gleiche vorax gleiche hey mann habt ihr auch normale gleiche Prozent Prozent der erste gleiche für eine gute Idee ja na klar wieso nur so um nur so bevor ich vergesse danke dass ich die Ferien über hier bleiben kann jederzeit mal gefällt es deinen Eltern auf Hawaii sie haben mich vorhin vom Gipfel des Haleakala aus angerufen also geht es ihnen wohl gut ich wollte Weihnachten in New York nicht verpassen nein das ist die schönste Zeit des Jahres habe ich doch gesagt was gibt es für uns DJ die beste Platte aller Zeiten der Gerät das ist perfekt der Gerät der Gerät der Gerät als ich klein war möchtest du Just nicht Maltz, dein Vater verletzt meine Meinung. Die Klingel ist schon ein wenig kaputt. Maltz, machst du das bitte? Natürlich. Wie geht es deinen Eltern, Gang? Finn? Hey, die Klingel geht wieder. Wie schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja. Da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du's einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also, der da ganz besonders. Äh, hi. Finn, das ist Genki. Mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki, das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nie wir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, äh... Energiekonverter. Synchron. Hä? Hä? Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, Weihnachten bei Kerzenlicht? Ich schwöre, das hat nichts mit der Klingelreparatur zu tun. Das dachte ich auch nicht. Es wäre schon beeindruckend, wenn du den Strom im ganzen Haus lahmlegen könntest. Beeindruckend im negativen Sinne. Beeindruckend trifft's vielleicht nicht. Denkwürdig? Schon besser. Schon besser. Okay. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Nicht gut. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Blatt ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Da ist was passiert. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Ja man. R3, der Hinweis kennt. Oh. Haha, das sieht so geil aus. Haha, das sieht so geil aus. Nicht aus dem Fenster sehen. Nicht aus dem Fenster sehen. Auch mal ist draußen was machen kann? Hoffentlich. Bioelektrizität hilft gegen Rhino. Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Ja, das ist eben. Oh. Oh. Los. Hat geklappt. Oh man, das Licht ist hell. Darauf hab ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Hängst sie weiter ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment. Oh. Wie wärs mit einem Foto? Was, jetzt? Ja, naja. Schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Nein. Er hasst Fotos. Okay. Alle nah zusammen. Spaghetti. Tolles Foto. Tolles Foto. Oh. Hey. Miles. Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Wir wenden. Also ich gas die眼 giving mir. Wir haben dann! Da ist der Mum ist echt mieses Daumen hinzu. Helle Hautfarbe. Helle Hautfarbe. Äh. Auf jeden. ... ... ... Fällt mir sehr gut. Erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotik-Club? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur Dienstag. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxham? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein, Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxham hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Äh, wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hasst es. Nee. Das ist deine, ich hasse es, aber ich sag's nicht, Stimme. Nein, ich... Ich kenn hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant und ein Friseur und der Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genau so wortgewandt wie früher. Ja. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich hab an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS. Sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-In-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Schön wach! Schön wach! Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt es, dass du dich dauernd kotzen musst? Gaaanz viel Übung! Freundlicher Spinner aus der Nachbarschaft. Nach links, wo ich... Willkommen bei freundlicher Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Die Anfrage kam von einem Aaron Davids. Moment. Was? Das ist mein Onkel. Weiß ja, dass du Spider-Man bist? Nein! Das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Wohooo! Wohooo! Hier! Äh, hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens... Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja. Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Puh, er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die Ecke. Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab's einen Einbruch. Direkt nebenan bei der Rocks on Plaza. Für eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Oh cool, ich kann sogar Tricks machen. Hast du noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchs-Mafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, äh, rufen sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich. Ha, bis zu diesem App-Tick wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Wichtige bist. Ha, cool. Arbeiten Sie... Ange bei der U-Bahn? Nee. Erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Was ich über die Züge ausfallen? Das macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSBL abgenutzt haben. Ha, 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 das macht. Viel Glück mit den Sensoren. Boah, das sieht so geil aus. Oh nein, das ist der Nächste. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Die führen diese Kabel hin. Gute Kirsten. Hup! Upsa. Ich muss in diesen Raum rein. Oh. Was zum Deck. Hey! Selber hey! Irgendetwas durch die Signal-Release. Oups. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Ich habe mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Oh. Oh. in der holothrone gerüttelt stadtweiter aktivität ist nicht einzigartige frequenz vielleicht kann ich die nachverfolgen es scheinen noch mehr davon in der stadt verteilt zu sein 3 fertigkeitspunkte ja das ist gut die 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 Ich muss die Presse mal schaden. Ich weiß nicht. Geil. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Oh. Holodrohnen. Oh. Cool. Oh. 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 Mann, die Drohnen waren eine Vollidee! Peace out! Mega nice Das war der Muffer! Alter, der Muffer, nice Ich hoffe, die Züge fahren wieder Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden Warte, ich muss jetzt mal die nächste Aufgabe Hey Mr. Davis, wie sieht es jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen Mein Betriebshof muss irgendwas passiert sein Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriff Ich habe einen Bruder erwähnt Bist du sonst noch Familie? Ich habe sehr lange nicht gesehen Ich musste was ändern, habe diesen Job angenommen Aber sie fehlen mir Besonders mein Neffe Wir haben zusammen Beats gemischt Tja, vielleicht gibt es bald ein Wiedersehen Mit ihnen Eine Familie Hoffen Ja, ich muss los Der Underground wartet Bye Die 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 Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagt dir schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann! Ich muss sie auseinandertreiben. Was war das denn? Okay. Haha, geil. Der war auch nice. Schau mich an! Schau mich nicht an! Ich könnte Peets Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Ich will mal den anderen Modus ausprobieren. Achso, ich muss neu starten. Ne, dann nicht. Wir sind hier überlegt! Wir sind hier überlegt! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, nein! Oh, shit! Ich brauche dich vor dem abgreifen! Hab ich recht? Ist das so jung? Es ist aussichtslos! Ja! BAM Du hältst uns hinter Ist das deins? Wo ist der letzte? Da hinten oder so Das waren alle Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen Die Steuerung ist vermutlich im Büro Tinkerer Der Kopf der Gruppe laut Onkel Aaron Das Terminal ist hinüber Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen Oder per Netz Eine Drehplatte da ist gut Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen Züge mit Netzen an Zahnrädern Wie jetzt? Ach da Nein, der Zug muss unten bleiben Ach so Ach so Ah ok Der Underground verfolgt Nu-Form-Lieferungen und legt die U-Bahn nah Ja Wollen die verhindern Das ist nur vom Düster her Oder Ich sollte den Zug bewegen Ich sollte den Zug bewegen der schon auf der Platte steht Dann kümmere ich mich um die anderen Das klappt Fast geschafft Jetzt muss ich vor den Zug Ich werde ihn per Hand ziehen müssen Ich werde ihn per Hand ziehen müssen Alles klar, bis später Alles klar, bis später Bis gleich Wo muss denn der hin? Der Zuge verstehe ich es gerade nicht. Achso. Der hat nie gesagt was damals vorgefallen ist, was schon gewesen sei. Und jetzt? Missionen. So, ich müsste aneinander koppeln oder? Ja. Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Hm. Die Steuerung hier ist auch hinüber. Aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Okay. Nice. Komm schon, Hubern von Nudon. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Hier leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ja? Ich hab hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komm jetzt zurück. Hey, Miles. Bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag eins als Solo-Spiderman? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich infobisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also wenn du mich brauchst, ruf einfach ran. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klammern. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Was ist der verdient? Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie... äh... Oh, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich seh mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Oh, scheiße. Das ging schief. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Boppen auf die Gleise. Boppen? Echt jetzt? Deine Reparatur hat dir wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Ein Moment noch. Lass nicht rausgehen. Okay. 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 Ich muss das beenden. Wir brauchen dich hier nicht, Spider-Man. Ja. Das ist ja. 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 Alter... Alter... Werden die ganze Linie schwingen? Nicht so lange ich hier bin. Keiner hält uns auf! Alter... Alter... Wir haben uns wehgetan noch! Wir werden hier überlegen! Hoffe Netze funktionieren! Da oben sind noch mehr! Hä? Ich mach schon! Geh! Ja, aber du bist nicht levelig! Du bist kurz! Noch eine. Hinter der Kreuzung da. Verstanden. Eine noch. Gestern findet ihr raus, dass Blut von Perzug transportiert wird. Heute wollt ihr die Züge hochwerfen. Warum? Um das Wunschung zu vernichten, es zu stehlen? Ah, Perzug. Am Ende liegt es drin. So. Du hast es geschafft. Die Züge fahren. Der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, o que que agora? Vielen Dank. So, o... Flicken? Flicken? Was flicken wir denn? Cool. Aktivitätsmagen fehlen uns noch. Alles ok, Mr. Davis? So, kurze Pause. Kommt wieder. Kommt wieder. Okay. Things worse. Okay. So, I know. Vielen Dank. 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 So, so, so. Danke. Ja. Und... ... 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 Alamejo, weißt du was? Mein Lieblings-Food-Truck ist heute bei der Grundgebung. Schau nach einem Logo mit Duos-Spiel. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mams, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Haarlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Äh, ja, sie haben auf Roxxon-Gelände randaliert. Und ich glaube, sie werben überall in den Jugendlichen an. Warum? Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihm erzählt. Ach ja, ich habe ihn in der U-Bahn-Station bei uns getroffen. Wusstest du, dass er arbeitet? Nein. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Ed hat mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Ach, das Verbrechen ist da. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da. Kein Problem. Geh die Welt mit, Mom. Jede Stimme zählt. Du bist mein Lieblingssohn, weißt du das? Hab ja auch keine Konkurrenz. Hab dich lieb. Bye. Was ist das? Was ist das? Geh... Hier muss es sein, oder? Wieder dabei und wie klappt es? Ich habe einen Anzug freigeschaltet, habe ich gebaut Nein, mir gefällt das Spiel sehr gut, das ist mega geil Ohne Witz Die Grafik ist so gut Jetzt musst du nur noch lernen Spiele zu Ende zu zocken, hahaha Ja Vielleicht schaffen wir es heute durch Schauen wir mal Macht mega volles Geld Ohne Witz Versteh Deshalb wolltest du dich also hier treffen Du bist spät dran, ich wollte schon los Hilf mir mal, das sitzt fest Die Kapsel ist ziemlich hinüber Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist... Okay, die ist... Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen Wir merken ihn uns, bestimmt Wir merken ihn uns, ja, ja, gut Also, ähm, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel Nur für meids und mich Bam, ganz genau Was geheim ist, ist geheim Hey Rick Machst du jetzt diesen Job bei Roxxon, oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht? Zeig doch mal das Angebot Okay, ich hab Konkurrenz, hm 011 und noch ne Zahl D Wie soll das? Ähm, saubere Energie Teamleiten 0112 Saubere Energie rettet die Welt Ich liebe meinen Nerd-Fan-Club Oh, wenn man vom Teufel spricht Roxxon, bin gleich zurück Du weißt doch den Code noch, oder? Äh Die Fibonacci-Folge Cool Unser Preis Ich mein, unser Energiekonverter war ziemlich heiß Stimmt Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich Wow Sieh uns an Wie zwei Trottel Rick sieht so charmant aus wie immer Ja Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein Kein Streit Finn Alles gut Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät Ich muss los Hey Ich glaube, wir erzählen beide nicht alles Nächstes Mal Keine Geheimnisse Okay? Ja Hm, vielleicht Wenn du pünktlich bist Bis bald dann, Kurzer Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du Nichts hier drin Ja Ja Mal Ich brauche paar Mal 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 Das war's. Geht gleich weiter. Ach so, drückt den Zeitkapseln. Aber etwas später. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Oh. 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 Oh man. Ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Na klar. Für den Fall. Es wird schon gut gehen. Oh. Das sieht so nice aus. Siehst du? Das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste. Das beste Essen der Stadt. Tolle Musik. Ja das ist ziemlich cool. Was hältst du eigentlich von William Morales? Bist du sie der? Es ist schon komisch meine Mom als Politikerin. Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dafür sorgen dass sie sich benehmen. Du hast dich aber in die Luft geschmissen. Dau tun sie. Ich spiege ihn. Okay wir gehen. Also. Wie reper面ble dir. Ich liebe ihre Autos. Wie lange wir sehen, von Highlighten und groß. Ich bin der ищig über Advancement in den Moment. Das ist unser Schmerz. Wie lange ich sehe. Was passiert mit dem Video? Du hast dich ja. Und jetzt habe ich einen Geschmissen verarbeitet. Ich bin der Schmerz nicht mehr. Mhhm. Jaguar. Oh. Ich bin aus dem Foto. hier im 4k sehen wirklich wenn du sechsmal da bist dann schaue ich das jetzt mal hier vor an schon recht gut, sehr gut und selbst jetzt, roxon transportiert nur vor ihren experimentellen treibstoff durch die stadt und schweigt über die risiken oh oh wir haben hier ein problem wer wird, bleibt ruhig keinen korn machen bereit sie brauchen dich, ich helfe deiner man ich hab sie auf geht's da ist jetzt die frage wer die bösen sind jetzt naja, das stimmt bis jetzt sind ja die lilanen denk ich auch von dieser werbespot, von dieser dieser Energie da von dem Typen war schon ein bisschen verdächtig ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn Miles, wir sind zu Hause Nadia fährt deine Mom ins Krankenhaus was? geht's dir gut? sie kann sich am Arm verletzen keine Sorgen, wir kümmern uns um sie was ist mit dir? das macht der Underground dieser Angriff ergibt keinen Sinn ich dachte sie wollen Nuform aber hier ist noch keins ich muss herausfinden was Tinkoran plant alleine die Anspielung mit der Katze als der angeblich böse es AII achtsam zur Seite gepackt hat und Genki? danke wegen meiner Mom jaja ja darüber wirklich? hab ich noch gar nichts stimmt aber die kämpft macht auch richtig oh da ist noch einer Umsatzwindel Umsatzwindel oh sieht alles flüssig aus sieht alles flüssig aus? gut was war das? dieses hin und her als Schwingen durch die Stadt das macht super wo bist du? ich bin zu Hause aber ich kann ins Krankenhaus kommen den ganzen Tag machen nein bleib in Sicherheit du bist verletzt? was ist wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? micho, das ist nichts wie beim Rathaus wir sind alle ok wir sind alle ok wir sind in Sicherheit verstanden ich bin bald wieder da du unterschreibst noch meine Videos ok ma ich hoffe was in echt zu machen das wäre bestimmt richtig geil Reyes die Kundgebung bei den Nachrichten seid ihr ok? wo seid ihr? ich will zu Braithwaite Bridge es gab eine Explosion ok aber wenn Broxon auftaucht verschwind ist nun klar sie werden einen Sündenbock für das alles suchen und Tinkerer wird ihnen nicht reichen ok ich pass schon auf die Explosion sah ich will aus ich muss dich beeilen mach es doch in zu einer Turbokabine da kann man das machen hm 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 nee ich meine durch die durch die Stadt einfach so schwimmen das ist egal hm 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 aber wohl nur zum Aufwärmen oder zur Ablenkung oder zur Ablenkung aber in echt weiß ich nicht viel zu gefährlich ich glaube erschießen wir uns nicht ok jetzt wirds interessant alter alter wir wollen das nu formen ignoriert alles andere body flying ab 47 Euro schwerelos schweben im Windkanal alles klar Thomas werdet ihn los dann nimmt mit so viel ihr tragen könnt oje mein weihnachtsgeschenk an dich nee bitte nicht nee echt nicht danke sowieso nicht er destabilisiert ist runter er destabilisiert ist runter dann für sie mal haha herzig haha der Pisser haha 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 er mag dich doch das soll lieber in seiner Katze oder dann gibt es die andere boah der hat gut ausgewicht zaaack das ist nicht deine Schuld Mann ich war so froh sie zu sehen dass ich unaufmerksam war ich muss sowas merken ich muss sowas merken ähm hallo das alles 箱 ver oder jemand von das hat 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 Ich muss das verhindern! Wie denn? Wie soll ich das verhindern? Das ist so geil in der Luft damit zu kämpfen! Ihr könnt euch nicht ausfeiern! Der Fart! Ich bin dich, Spider-Man! Ich habe nicht ge olvid, Spider-Man! Geiles Gefühl. Jetzt? Da hinten war noch einer. Da ist der Punkt. Wo ist der? Da oben. Da hinten ist er. Der ist er. Alter. Nein, 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 nein! Alter. Ja, aber was ist der Plan? Das ist der Plan. Das ist der Plan. Der Bus! Das ist der Plan. 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 Wo ist er hin? Auf ihn geschubst. Die wollten nicht mal zuhören. Wie wir es geahnt hatten. Thomas Sen. Ich weiß nicht. Wie ich es gewusst habe, die Katze hat es verraten. Für mich hat es der Werbeswut verraten. Wie nennt man das? Bio-Elektrizität? Aber ja. Du hattest recht. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das nur vorm Gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich habe die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Aber... Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wäre es mit... Dolce de Coco? Ich dachte du würdest aufhören. Warum sollte ich? Oh... Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich meine es ernst. Du könntest... Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Denn es... Kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte ich... Könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. So, warte. Ich habe eine halbe Story verpasst. Um was ging es jetzt? Letzten zwei... Eine Minute? Haben die gelabert warum der jetzt unsichtbar war? Oder was war das? Aber du bist auch der Spider-Man. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist... Du bist der Black Panther! Oh man... Das Game ist richtig nice. Auch die Story. Ist ja egal. Spider-Panther. Spider-Panther. Schöne neue Anzüge oder was. Das ist der Mann im Stuhl. Der... Der... Der Knöse... Der Rasse hatte. Schau mal die Brille auf. Lul. Altino-Spieler-Panther-Hombre. So. Da... So. Nice. manus. Jetzt fängt die Spielers an. Let's go Yes, baby Hey man, die Lage verschärft sich zu nehmen, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich Wir brauchen kürzeren Die guten Apps sind nur ein Wortla 100% Spielzeit startet jetzt Ich hab Nachrichten geguckt Soll ich's durchspielen, was? Ja, ich glaube ich steck fest Wirst du dafür, dass ich's durchspiel? Also ich bin auch dafür Digga, ich steck halt echt fest Ich hab den auch Ja 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 Aber wenn du mich brauchst, fliege sofort nach Hause Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr Ja Okay Danke Viel Spaß beim so karianisch leer Warum gibt es sieben verschiedene Blätter für Klo? Scheiße, Alter Das kann auch wieder nur ich schaffen Okay, dann muss ich kurz schnell Reise machen Hast du das Game durch? Wie? Das Game? Ich hab's doch gerade jetzt angefangen, das Game Das ist doch nie im Leben schon durch Nee Was ist denn das hier? Zeitkapsel Was will ich? Warum hab ich jetzt eigentlich wieder einen schwarzen Anzug an? Hast du einen anderen an gehabt? Und hab ich jetzt schon wieder einen ganz anderen Warte Warte Du hast Ich hab irgendwas freigeschaltet Ja Das Spiel hab ich noch nicht durch Nee Ich hab ich gesagt Ich spiele es zwei, drei Stunden oder so Erzeugt eine Erschütterung wenn Underground Waffen zertrümmert werden Ah ja, das ist tatsächlich ein ganz neuer Anzug Genau Klassischer Anzug Verbesserter Tech Anzug Und der Track Anzug Cool Naja, ich werd's auf jeden Fall durchspielen, ich denk schon Wie viel Zeug es gibt Ja man, sauger Erhöhe die Reichweite des Venom-Schlags Schadens Oh, das ist gut Oh, was ist das? Tarn-Energie wird 20% schnell aufgefüllt Ah ja, ja, ich hab kein Skirtan-Modus jetzt, ne? Nimm mal bei nem Schlag Ne, die Musik ist auch richtig gut, die passt richtig gut Sie haben's versucht, wollten mich zum Schweigen bringen, mich um! Oh man Oh man Halt, was war das? Ach, unheimlich Mal versuchen Die Zeitkapsel ist unter dem Festtagstrieb da Das Ding muss da weg Ja, ich war da drin gesteckt gerade eben Sehr gut Nice Okay Boss, wie ist der Plan? Quints Familie hat eine Werkstatt in Midtown Sie hat dort immer gearbeitet Vielleicht hab ich Glück und sie tut das immer noch Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann Als ich sie auf der Brücke sah, hab ich sie kaum erkannt Ich muss wissen, warum sie das alles tut Okay Mann, mach was du für richtig hältst Halt mich auf dem Laufenden Halt mich auf dem Laufenden Das ist eine rote Kunde, ähm Der Underground scheint hier was zu verstecken Was? Schlechte Neuigkeiten Ein Fiestlaster wird ausgeraubt Das könnte ich brauchen Das könnte ich echt brauchen Hey, Ernst! Wirst du noch auf Battoo gehen? Was? Schlechte Neuigkeiten? nein nein und tschüss und tschüss so down? ja und tschüss wow mega mega nice ok die app nächste Tätigkeit wenn Pete Zeit hat tauben zu retten dann hab ich die auch ok erstmal tauben retten was juhu jawohl geil und wer im Sprung war das? da raps und der underground liefern sich eine schießerei für die jetzt glatt ab und die 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 Und es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. Explosionen, ein Rückeinsturz, Schüsse inmitten der Rush-Auer. Gottmob gab es keine Toten, aber man hat nicht immer so viel Glück. Was, wenn das ein paar Tage später passiert wäre, beim sogenannten Sturm des Jahrhunderts, von dem die Nachrichten ständig plappern? Dann wird aus einer Katastrophe völliges Chaos. Es wurden auch schon jede Menge Schuldige gefunden, wie dieser Underground-Schläger. Ich höre nur Gutes über dich, klar. Schön, dich kennenzulernen. Und danke für die Hilfe. Drei Vögel sind verschwunden. Ich mache mir Sorgen wegen der Kälte. Ich kann sie aufspüren. Hast du etwas... was... ihnen gehört? Äh, Federkleid? Perfekt. Erstmal Vögel suchen. Okay, ich komme wieder. Ja, morgen. Oh, hey. Du hast eine von Howard's Tauben gescannt. Howard's Protokoll aktiviert. Howard's Protokoll? Willkommen zu Taubeninfos. Sie erhalten jeden Tag spannende Fakten zu Tauben. Oh, nein, nein, nein. Abmelden. Anmeldung bestätigt. Ein zweiter Schlag. Oh. Die Spuren verlaufen in drei Richtungen. Ich sollte allen folgen. Oh, toll. Okay, ich gehe erstmal da hin. Das ist leider nicht Witt. Das ist leider nicht Witt. Hallo, Officer. Was ist passiert? Kann ich helfen? Dort wohnt eine Bugelreporterin. Es wurde alles durchwühlt, aber gestohlen wurde nichts. Sie haben anscheinend nicht gefunden, was sie wollten. Ach, da war die Taube. Wo hat er die hingesteckt, bitte? Hm, war sicher Peggy, die AdPep. Sie findet den Weg zurück, Spider-Man. Zeig ihr nur die Richtung. Mach ich. Okay, ich sollte zurück zum Schlag und die anderen Vögel verfolgen. Let's go. Noch eine Taube. Sie hat eine Nachricht. Nein, Vögelchen! Taubenpakt 2. Der Glaube an die Taube. Taubenpakt 2. Auf Tauben. Im Zweiten Weltkrieg wurden über 200.000 Briebetauben eingesetzt. Da! Halt still! Okay, was steht da? Planende. Es geht jetzt los. Hey, Howard! Was auch immer sie über deine Tauben geplant haben, sie wollen jetzt loslegen! Wenn es ihnen um schnellere Kommunikation geht, könnte ich mir leichtere Methoden vorstellen. Da hast du wohl recht! Ich werde weitersuchen. Ich melde mich dann! Eine noch! Oh, es ist die sicherstere Methode. Abhör ist sicher. Die Tauben-Methode. Die Tauben-Methode. Jetzt. Jetzt. Vielleicht die Taubendiebe. Wie kommst du hierher? Du kannst unsere Handys nicht hätten. Wir benutzen Vögel zum Kommunizieren. Hab ich doch gesagt, Alter. Abwürdig, ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, Mann. Einer hat was verloren. Morgenabend. Da. Sei da. Ein Bugel? Hey, Taube! Halt! Tauben-Fakt 3 im Anflug. Ich muss zugeben, langsam freue ich mich drauf. Peter Parker mochte Tauben überhaupt nicht. Bis er hauert. Hab sie! Howard! Ich hab alle Tauben. Leider setzt deine Gang sie als Boten ein, um Einbrüche zu planen. Oh nein. Hast du bitte auch gute Nachrichten? Ja, ich weiß, wo sie sein werden. Beim Bugel. Ich muss sie erledigen und deine Tauben retten. Klasse. Die Bienen zünder, Spider-Man. Zeit, einen Einbruch beim Daily Bugel zu verhindern. MJ wäre stolz. Da sind sie alle. Die Tauben waren fleißig. Einer der Jungs hat unsere Tauben an dem Bugel zu verhindern. Das ist noch nicht mehr. Ich bin der Seraphs. Erstmal brechen wir ein. Tja, blut gelaufen. Ich hab Federn. Das klang deutlich weniger cool, als ich dachte. Wenn's in der Überzahl. Wenn es einen Kreativitätspreis für Verbrechen gibt, gehört er euch. Effektiv? Nein. Aber definitiv kreativ. Wow. Woher geht's? Woher geht's? Ich mach dich platt! Wenkel hinten, ich mein jemanden erledigen! Ich werde dich nass lassen! Jawoll! Jawoll! Ebenfalls Spider-Man! Weniger! Hey Leute, heute wird es mal ein bisschen ernster. Wenn ihr beim Angriff des Underground auf Robson Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, such doch... Der Laden ist verrammt. Was für ein Trauriger an. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Hier ist ja noch ein Licht an. Ach da oben. Vielleicht steht hier ein Fenster auf. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Hier war lange keiner mehr. Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ist ja noch Licht an. Aber das ist ein Foto von Finn. Oh je, steckt jeder auch mit drin. Finn hatte einen Partner für einen Einbruch bei Roxxon. Das Team, das NuForm entwickelt hat, wurde krank. Und Rick war der Projektleiter? Oh. Oh. Irgendwelche Medikamente? GCSF. Zur Behandlung von Knochenmark Zerfall. Wem gehören die? Das wurde erst plötzlich zugemauert. Okay, das ist ein Geheimraum. Videodatei. Von vor sechs Monaten. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wär's nicht das NuForm. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Haarlem hat begonnen. Vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern. Dann löschen wir die Daten. Und sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben sie keinen Plan, wie NuForm funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. Bereit, New York zu retten? Bereit. Da ist noch ein Video. Verdammt. Keine Uploads. Das Handy war wohl kaputt. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Ich verspreche es, Rick. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber... Irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre... Okay, ich stelle hier. Okay, ich stelle hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Komm schon, komm schon. Sei unsichtbar, sei unsichtbar. Komm schon. Hat er gut geklappt. Was ist nicht? Er kann sich zahen? Wenn man sich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgeschweucht. Ich schleiche mich an wenn sie ruhiger sind. Sie wissen Sie was? Komm, komm. Lass sie nicht an dem Computer! Aua Lieferung. Alter. Oh shit. Das war dummatsch. Ja, die können das, ne? Was hätte ich so machen müssen? Das muss ein Sneaky sein anscheinend. Lower Tech da rein. Oh nein, da haben wir gesehen. Die sind immer noch in einer Landbereitschaft. Ich lass sie kurz entspannen und dann hole ich sie mir. Wir sind nicht weg! Ich glaub, ich bin sicher. Ich bin ein Phantom. Ich bin ein Phantom. Ich bin ein Phantom. Ich bin ein Phantom. Meinst du? Woher komm ich hoch? Genau dafür hab ich versichert. Was war's? Du willst dein Held sein? Beweis es! Nein! Duw? Dann komm. Duw das? Duw das. Duw das nicht. Duw das nicht. Duw das nicht? Ich hab's schon mal besser. Diesmal. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Fins Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen. Was echt Übel ist. Mann. Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Move-Form-Forschung zuständig. Wow. Und das Move-Form hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. Ruf an, wenn du dich waffnest. Ruf an, wenn du dich waffnest. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Luba. Forschungslabore. Wir nahmen das gesamte Nu vom Projekt seinen Lauf. Fins Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Was ist denn da jetzt heruntergefallen? Was ist denn da jetzt heruntergefallen? Schalte Spider! Ja, jetzt kommen wir gegen die Roden, siehst du? Okay, wie komme ich da jetzt rein? Wenn ich Dinge aufladen kann, kann ich sie dann auch entladen? Das Absorbieren der Energie hat den Generator lahm gelegt. Es hat echt geklappt. Jetzt müssten die mal im nächsten Spider-Man Film machen. Mit Strom. Ich bin stummst bei der Welt. In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten irgendwie anders. Ich sollte zuhause sein, schlafen, offenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen essen. Wolang? Ja. 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 Das war voll verwirrend gerade, ey. Ich dachte, ich bin immer noch an der Decke. An der Wand. Das war ganz schön. So nett. Der Tracker ist das Telefon ziemlich tief unter der Erde. Das ist mal abhängend. Oh, das war gut. Hä, ist der Onkel? Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Rockson gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden... Dann hilf mir. Ach, störrisch wie dein Vater. Okay. Aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nicht schnappen lassen. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Das schaut aus wie der Typ von Arrow. Der andere, wie hieß der? Ich weiß nicht, wie der heißt. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernsehunderminen. Was ist mit den Kameras los? Wie der Stromausfall? Nein, das war ein Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat mir das was mitleidigt. L3. Ich werde mich hier umschauen. Genau weg. Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Ist schon nice. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann gehe ich da jetzt hin. Fallensteller. Ein Angriff. Hier ist jemand. Ich bin. Wo denn? Warte. Hey. Wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh. Wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also, wenn wir den zur Verfügung hätten... Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es ihm geben? Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden. Aber jetzt würden Sie mir wirklich helfen, wenn Sie zurück ins Labor gehen und Ihren Job machen. Krieger hat Zeitdruck. Wirst du mir sagen, was ein Handy du eigentlich suchst? Tinkerers. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Ha. Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Sieh mal, was läuft zu mir. Unfassbar, dass mein Onkel der Prawler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. Dein Lieblings-Kotze ist George Hormorzer. Du bist fast beim Reaktor-Prototypen. Du musst die Kerle ausschalten. Ich bin nicht so gern so nah beim Reaktor. Guck, guck ihr kleinen Schlanken, schaut mal wer da isch. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du's öffnen. Teddy Comedy. Sag ich nur so. Moment. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Und in jedem ist ein Nu-Form-Reaktor. Nu-Form hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. Ja. Ich glaube, das Spiel kann man lange spielen. Hol das Handy und dann weg hier. Der Reaktor ist unten. Er versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Oh, shit. Denk dran. Lass dich nicht schnappen. Ich schau mich um. Verbindlicher getroffen. Ach, der. Wieso hat er mich gleich entdeckt, der Annel? Hat er mich nicht entdeckt? Hat er mich entdeckt. Ach, scheiße. Ich weiß nicht, dass er mich nicht entdeckt hat. Nein, das weiß ich. 2, 0, 7. Tut gut. Oh. Alles gut. So. Du musst dich beeilen, Neffe. Ich versuche, die Kameras und den Alarm abzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Verstöre die Kabel über den Ventilator, dann stoppt er. Danke. Hä? Ja, ich gehe weiter mit dem Kabel. Gut. Ja, den habe ich geschaut. Das ist doch der. Den, wo ich meinte. Das ist kein Anime. Was für ein Anime, Alter. Das ist einfach ein Zeichentrick, halt. Animationsfilm. Warte, meinst du animiert? Ja, das geht eigentlich. Das ist ja der Miles Morales in dem Film. Ich dachte, den hattest du auch geschaut schon. Super. Okay. Kamera, Video. Hier ist es. Okay. Das Ausspeichern geht nur zu zweit. Du startest die Überschreibung. Ich bestätige sie. Schritt 1 der endgültigen Nu-Form-Vernichtung. Tut es dir leid, deine Erfindung zu vernichten? Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3... ...2... Für ihn. Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich. Niemand interessiert sich für ein paar kranke Leute oder einen toten Ingenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! 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 Ich kann stopfen! Oh, das stimmt. Ich kann stopfen! Ah! Nein! Ah! Oh. Rick! Rick, nein! Nein! Fühl! Nicht den Sinn! Hier drin ist noch jemand. Finde ich. Ach. Rick wollte Menschen retten und Krieger tötet ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum du hast das Handy? Verschwinden wir! Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Äh, Onkel Aaron? Okay. Bleib zurück. Danke. Genau wie der Generator draußen! Nur riesig! Was machst du da? Miles, hör auf! Miles, bist du okay? Du musst sofort da rauswarten. Kannst du laufen? Du musst den Flur runter. Los! Ich fühl mich echt missgerade. Junge, lauf zu! Nein! Was hast du getan? Was hast du getan? Anergy, nicht! Halt! Miles, melde dich, Kleiner! Ist du okay? Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus! Ich brauche dir unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon! Komm schon! Ich bin zu weit weg, um dir zu helfen! Ich bin zu weit weg, um dir zu helfen! Zurück! Wir nehmen dich in Gefahrsam! Oh! Ich mach dich! Sie sollen dich gefangen nehmen! Wieso? Das wollen die! Studieren? Ich überhören? Keine Ahnung! Ganz egal! Lass es nichts! Oh, sch... Was war das denn? Unterdrückungstechnologie waren wir halt nicht, ne? Alter! Ja, halt, die geht nicht. So, weiter geht. Gib mir deine Loffe! Gib mir deine Schild! Gib mir deine Schild! Neutralisier du Spider! Wer ist denn der? Ach, verdammt! Was? Weiß, das System hat mich rausgeworfen! Gib mir eine Minute! Ich hole dich da raus! Okay! Das hat gesetzt! Direkter Treffer! Kannst du fangen? Fangen! Ja! Ja! Sehr schön! Weg hier! Bevor noch mehr kommen! Wow! Das war super coole Tantechnik! Wie geht das? Das! Dann... Du gehst weg! Ich gehe nach rechts! Dann... Wenn du gehst nach rechts! Bumble 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 Nein Nein! Achso, er ist halt verschnitten. Oh shit. Puh! Warte, bis Roxxon sich ein neues Ziel sucht. Das geht nicht. Ich muss Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Nein, das wird sie durchschauen. Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage... So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich. Als mein Bruder. Als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt. Hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Das ist... Aber er ist kein Problem. Hat er sich so leicht mit einem Schnee. Das ist der Kern. Das Problem ist. Okay, ich sollte... Kennen Anrufen? Nein, ich habe Zeit, um ... Nach der Stadt zu sehen. Ja. ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja dass du keine werbung willst aber vielleicht sollten wir später die müde gut nein natürlich nicht so die freigestaltete sichtkontakt Aktivitätsmorgen. Wenn möglich, das Ansparen eines zweiten Finishers. Oh, das ist gut. Freigestaltet Neuspiel Plus. Okay. Ich habe nur das Gerät. Schwerkraftquelle. Ich meine ja nur. Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja. In Halems Geschäften treiben die wie ihr Unwesen. Vielleicht dieselben wie bei Teeu. Oh, das ist gut. spiderman hey ich bin caleb freut mich hab dein bild bei teo gesehen das ist der andere aber ich helft trotzdem gern allen geschäften in der gegend sind in letzter zeit waren gestohlen worden papierprodukte kids desinfektionsmittel wir sind zu klein um das einfach so weg zu stecken hast du es gemeldet klar aber uns nimmt niemand ernst camilla ihr gehört das restaurant nebenan wollte es selbst in die hand nehmen sie wollte zum versandzentrum das uns alle beliefert ich gehe hin vielleicht kann ich helfen danke spiderman gut dass du auf uns aufpasst so mal was so mal was so 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 jetzt ist der reise gesperrt hey genki es geht um ein paar überfälle in halems einkaufsstraße krebs clean cuts und pana fuertes sorry du warst weg ja ich hab für ein handy gefunden aber es ist geschmolzen als ich energie aus einem nur vom reaktor absorbiert habe ich muss mir mal notizen zu deinen neuen kräften machen was machen wir jetzt und klären meint ich soll finden sagen dass ich in den anderen bilden und sie kann nicht mehr was auch immer ja aber ich habe keine andere spur weißt du was wir brauchen sagt nicht deine pro kontra liste eine pro und kontra liste ganz genau ich muss jetzt los man viel glück an wenn du mich brauchst ja 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 das kann man gut verwerten ja 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 für vor dem wir geboren versuchen wir Er soll was gönnen. Er soll was gönnen. Er soll was gönnen. Schnell. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es zwölfmal in Manhattan. Das großes Eingrenzen. Was noch? Das ist schön. Du musst viele Überstunden geraten. Camilla hat sich gewehrt. Muss herausfinden wo sie jetzt ist. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Gibt es Davids Autowerkstatt irgendwo in Chinatown? Ja. Ich schicke dir die Adresse. Ja. Tja. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Ja. Ich glaube dass Camilla die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Oh der Polizei mal folgen. Ist aber richtig flott unterwegs. Für die zwei. Ich glaube die gehen sogar zu dem Ort wo ich hin muss. Ich glaube die gehen sogar zu dem Ort wo ich hin muss. Ja. Ja. Es bleibt mir gefälligst vom Leib. Kurps. Weg hier los. Ja. Sondern tatsächlich im Fall. Nein nein. Nein nein. Lasst Camilla gehen. Sehe ich das richtig? Camilla ist in dem Auto? Ja. Das durch mein Händenrast und dauernd beinahe Unfälle verursacht. Ja. Oh mein Gott. Was? Junge. Wie schnell waren die denn weg? Wie schnell waren die denn weg? Weg hier los. Ich war doch direkt hinten dran. Nein nein. Lasst Camilla gehen. Sehe ich das richtig? Nein nein. Sicher. Wie schnell sind die denn weg? Das durch mein Händenrast und dauernd beinahe Unfälle verursacht. Ja. Alter wie schnell sind die. Ist es durch mein Händenrasen und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja. Ist es durch meine Händenrast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Ja. Wie schnell sind die Digga. Ja. Ja. Ich kann jetzt schneller. die sind ja richtig schnell unterwegs fette im kreis nein 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 Was ist denn das? Was ist denn das? oh alles in ordnung spiderman mit ihr habe ich nicht aber diese männer ganz ruhig jetzt ist alles gut wie die nur im kreis gefahren sind ja und ich bin nicht hinterher gekommen bei der brücke ich hole die waren zurück kommen sie alleine nach haus ja klar ich rufe ein taxi danke du hast mir das leben gerettet danke ja da kommt überall hoch aber leider kommt er nicht hoch alles klar wie ein kleines geschenk vom underground nur für mich ja 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 warte ja ja mal Do Du hast echt eine krasse Fantasie, Thomas. Vermutlich. Ist ja leicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Wer ist da? Wer ist es? Vorsicht, Vorsicht. Und ausgenockt. Durch den Container hört man nichts. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Sir Sheer, der Viettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Gründer Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Da, der da. Upsi. Will auch sowas können. Ja, Mann. Ja, das ist gut. Vergiss! Ach, erwischt! Ab ist nicht. Will sie in der Omen, wenn er ist? Geht's in! Da ist es nicht diese Container? Dreckskerle mit mysteriösem Boss? Null. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Da, die Vorräte müssten da drin sein. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Muss das Rad blockieren. Geschafft! Gut, dann jetzt zum Inventaren Containern. Schisch, schisch, schisch. Weiter, man! Aufheben! Im Ernst? Noch mehr von euch? Jetzt bist du für dich doch! Ja! Du bist tot! Joooow! Ja! Euer Post gibt euch Raketenwerfer! Der meint's ernst? Ich war mit alle Kleiner! Ich werd nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert! Lass sie nicht an die Waren ran! Was ist das? War gut. Was ist das? Hatte schon schrägeres. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Panapuete vorbei. Wir packen dir was leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe? Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mach gerade eine Liste. Bisher hab ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaub nicht, dass Elektro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen. Aber okay, der soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schräg. Bis spät. Okay, ich muss das machen. Finn anrufen und mich in den Underground einschleichen. Hey Miles, bist du okay? Äh, ja, warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Wir haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Ich muss mal einen Kaffee trinken, komm. Oh, das ist ein Verbrechen oder sowas. Oh, das war ein nicer Move. Aber es ist mir mal lieber an. Ah! Ja! Ja! Ja, der letzte Wunsch! Ja! 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 und die lektion lautet tut es einfach nicht wieder ich hätte ein paar lautlos ausschalten müssen egal ups hey freunde offenbar hat mr jameson gehört dass ich meinen produzenten zu zitieren spiderman freak bin und jetzt will er öffentlich mit mir diskutieren jameson hat als gelernter journalist in so etwas jahrelanger erfahrung auch wenn ich recht habe wird er gewinnen manchmal geht es nicht um die wahrheit es geht darum dass man am meisten oder am lautesten redet aber trotzdem stelle ich mich der diskussion ich muss es einfach versuchen und hey vielleicht lernen wir ja alle daraus nächste woche kommt eine gekürzte passung meiner diskussion mit jjj die textversion dann auf meinem blog bis dann und investiert in blaulichtfilter wenn ihr am computer kopfweh bekommt bei blaulichtfilter das muss ich mir auch mal zulegen 1 1 1 2 3 2 3 4 Da unten. Das muss der Letzte sein. Niemand bedient sich an der Spenden, Boss. Das hier geht sich nichts an. Das ist 3 gegen der Luftschreuder. Du lässt uns lieber in Ruhe, du... Du lässt uns lieber in Ruhe, du... Oh, ich kann einen neuen Anzug machen. Alter! Strike-Anzug. Venom-Übertaktung. Vorpunner Kapuza Anzug. Was war das? Brooklyn Vision Academy Anzug. Das ist wie... Dings... Wie heißt das? Umbrella Academy, genau. Trick-Meister freischaltet anzugreifen. Stärkere Netze. Da ist der Comic. Da ist Spider-Man. Lull. Da mache ich... Was weniger schmalziges. Sieht freisch aus. Wenn Sie mich brauchen, nutzen Sie die App. Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt ne Pause. Wovon? Oh, nur... So. Also... Ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Äh... Tja, also... Schule... Ich helfe bei Fiest. Pff... Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist... Ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein... Club... Bande... Team... Äh... Ich weiß nicht. Also, Rick war... Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht... Keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Jetzt... Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Hürden nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklärst dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Fats alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau, der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxanne an. Komm schon. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Ich bin Batman. Na los, Miles. Gib dir Mühe. Nee, von schweb. Hab dich. Bin ich jetzt offiziell Club-Mitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Die passt Nuform da rein. Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewinn dich erst mal ein. Gut. Gut. Du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt. Wir haben einen neuen. Hm. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt da am Background loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Sie geht mit ihm doch nicht nach unten, oder? Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Oh, nice. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Unglaublich. Vor kurzem Kantons noch niemand. Ist das von Martin Wiesleuten? Ja, von Fan. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber gut trainieren sie. Jetzt finden wir den Respekt, der uns zustimmt. Das sind 35 Meter. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Ja, das stimmt. Unten ist noch mehr. Dein Vorschlag. Hört sich gut an. Nein. Nein, alles läuft. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Nuform Mist rumschleppen. Rumschleppen? Vielleicht ist es jetzt hier. Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Er hatte hier überall Verschläge und Zeittüren. Kein Problem für uns. Der Fisk Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich da hin. Ich muss Genki informieren. Alter, zieh dich um. Wem schreibst du da? Äh, meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Solche Schuhe wären auch geil. Nicht? Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse. Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und Summs spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummi Papier eine Bombe bastelst? Ich hatte was? Nein. Cool. Reine Neugier. Okay. Ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Andagorn-Trainungs-Einheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Oh nein, 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 nein. Ich bin im Atrium. Ich bin im Atrium. Da ist noch. Da ist noch. Oh, ich bin an der Decke. Nice. Oh, ich bin an der Decke. Ich bin an der Decke. Oh, das tut weh. Oh nein, nein, nein. Ach, da sind doch die zwei, oder? Das ist doch die danser Freundin, oder nicht? Oh nein, das war noch nicht da. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Was war das? Ha, runtergefallen, oder? Ja, digga, was? Das war Das war Fail Das war fair Nein Das war's für heute. 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 Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ja, verstanden. Ich suche ja. Hey, ich glaub' ich hab' ich hab' was. Oh, Geheimtreppe. Ganz schön tief. Ganz schön tief. So, wo geht's weiter? So, wo geht's weiter? Das war's für heute. Das war's für heute. krank. Seine Kräfte ändern. Seine Kräfte ändern die Struktur. Ja, das ist ja... Ja. Was ist das der Endgegner? In einem Sprint? Schuss Ist das ein neuer Move? Keine Ahnung was das war Aber es hat funktioniert Ok, mach dein Ding Ich mach dein Ding Ich hab die Karte an Vielleicht komm ich hab irgendwas Cool, ich schock dann weiter Du bist tot gegen dich und nicht Spiderman Woah Was ist das der Boss? Was ist das? Was ist das? Ist das der Boss? Ich bin tot Nee, ich glaub nicht Ich hab den ja direkt erledigt Oh, Helfer brauch ich ja bisschen Zieh mir die Karte an Vielleicht komm ich mit der Klasse Cool, ich schock dann mal weiter Aber du bist gestorben wie im Boss Mode Aber du bist gestorben wie im Boss Mode Na ja dann Boss Mode Ouh Ich hab das Foto von der Karte bereinigt Der Underground Scheint in Alten In Alten Das Maul Ich hab das Foto von der Karte bereinigt Der Underground Scheint in Alten Fisk Baustellen zuhause Okay Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht Genki Dramatisch Du hast es gesagt Das müsste das Jam Theater sein Klingt als hätte sie das Nu vorm da versteckt Das ist mein nächstes Ziel Ja Wenn du zum Theater willst bin ich dabei Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst Wenn du jemandem helfen kannst Wenn er jemandem helfen kann Cool Ich setze die Verstecker auf meine To-Do-Liste Und melde mich wenn ich beim Theater bin Level 10 Level 11 2 Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen Ich hab also noch Zeit für App-Anfragen Oder irgendwelche anderen Sachen App-Anfragen 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 Warte mal erst Der Gerät Ich brauche aber so viele Aktivitätsmarken Ich brauche aber so viele Aktivitätsmarken Oh der Himmel sieht so schön aus Oh gönne Leute Mega nice sieht das aus Hallo Leute, Dudes, Mädels, Besties, als wäre New York während der Feiertage nicht schon aufregend genug, bedroht jetzt ein Tropensturm, Schrägstrich, Hurricane und Verküste. Oh, ist ja cool, wenn ich Sprint, bei mir, Hangen machen, das ist geil. Eine Auskunft pro Jahr ist kostenlos. Seid verantwortungsvoll. Bye! Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei Fiest los ist. Hey Genki, ich werde Gloria wegen Fiest fragen, als Miles, nicht als Spider-Man. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Fiest Asyle? Die sind alle voll. All die Leute hier. Können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Ja doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin mit den Leuten im Park. Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht weiß hier jemand was. Ein Campingfan? Ich mag es in eine Schö... Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Fiest. Oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Das klingt, als wäre ich eine Aluhut-Trägerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls danke für deine Hilfe. Okay. Verdächtig. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Becken. Oder essen. Moment. Ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kamen sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher. Danke. Wo bist du hergekommen? Ich habe eine Nichte hier. Im Grundschulalter. Mit dem Wasser? Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Für etwa einen Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Hey, hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Nonnegan. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen bei Fiest rumgetrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Muss mich umziehen. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Oh, so, da muss ich. Führt in Angoli. Der Stopft von... Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Oh ja, weiß nicht. Saubere Flüsseprojekte in der vierten Klasse. Wir sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber. Steig nicht in den Hatz. Genki, das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraum und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir's raus. Nein! Schon wieder falsche Daste. Wollte ich doch gar nicht. Egal, ich drück die falsche Taste immer. Okay, jetzt ist es hier zu spät. Hey, halt das, mein Bitte! Halb ich dich! Lass mir, wir euch bezahlen! Doch, das ist ein Triff nicht! Da war's! Der Verwirbel hat uns! Der Schäuze gegen dich geschlossene Ratschlaufe! Eine Chance, Kleiner! Schlechtertag, um sich mit uns anzulegen! Yo! Hab ich nicht, hab ich falsche Taste gedrückt. Hast du nichts Wichtiges zu tun? Das wär's nur mit dabei! Nein! Wie wär's mit einem Deal? Ihr lasst Fies in Ruhe! Und ich? Ich hab nichts anzubieten! Oh! Hey, du eifriger Flussschützer! Der Pumpendruck ist kritisch! Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst die einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld! Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Nicht abgefahren, bin grad bei einer Hotzeitszene. Sekunde, hier ist ein Ventil. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. Oh, Mist, Mist, Mist! Oh, schneller Netz! Der Wasserdruck muss genau mittig sein, sonst könnten die Rohre wieder brechen. Ach so. Ich muss warten. Erstes Ventil, jetzt noch zwei. Ja, das ist verstehe. So, wir waren bei der Lektüre für die Winterpause? Echt abgefahren, bin grad bei einer Hotzeitszene. Wow, total besser. Bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Äh, ja, ähm, ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. Fünf Minuten. Halt. Komm, kleiner, spiel mir! Hey, Jungs! Oh nein! Ich bin gestorben. Ihr Boss will sich an Haarlem vergreifen. Druck, Schutzgeld. Ah, können die sich stattdessen nicht einfach essen und in Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren, bin grad bei einer Hotzeitszene. Wow, total fesselnd. Sekunde, hier ist ein Ventil. Das hier hat eine Druckanzahl. Das muss ziemlich alt sein. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, schneller, Netz. Erstes Ventil. Jetzt noch zwei. So, die waren bei der Lektüre für die Winterpause? Echt abgefahren. Bin grad bei einer Hotzeitszene. Wow, total fesselnd. Oh, bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Äh, ja, ähm, ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. Fünf Minuten. Alter! Hey, Jungs! Sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Deshalb lässt man die Finger von Asylen. Wenn ihr Hallam in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Und sie zurück auf den Boden. Noch könnt ihr abhauen. Jetzt zum Druckventil. Das waren zwei. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Ist du ein Spider-Ersatz oder so? Ach, meinen Sie nicht höher. Ich muss meinen Kleiderschrank auf. Hinter... Müll. Alles das kalt Das sollte passen Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Fiest Nord schicken und die Schließung aufheben Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht Kommt sofort Die Kerle schon wieder Ich muss sie unbedingt loswerden Die Kerle schon wieder Das gibt blaue Flecken Man kann ihn nur über die Videoschalte im Keller kontaktieren Schöner von Settloch Im Leben nicht Macht ihn fertig Schreibt mir wenigstens, wo er ist Dann hole ich ihn mir selbst Ha, Kleiner Wenn du uns raft willst Willst du mir dir zu holen? Wie ich? Du hast keine Chance! Du hast keine Chance! Hier runter Dann hole ich ihn mit Schöner Und dann hole ich ihn mit Schöner Schöner Ich bin Schöner Ich bin Schöner Ich bin Schöner Ich bin Schöner verruhig ist er hey ich habe neuigkeiten ihr boss sitzt im raft aber vielleicht können wir ja irgendwie kommunikation mit seinen leuten draußen kappen sehe ich mir an Jetzt das Wasser anstellen. Dann mal Wasser. Marsch! Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangster-Boss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben's verhindert. Yay, Tim! Guten Tag. Oh, Spider-Man, hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, äh, also, ja, ich hab da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Wie war's das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Ach, Spider-Man. Sein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Fünf Euro. Hey, Gloria, malz hier. Das Fies Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gerne doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule klarfängt. Okay, tschüss. Gern doch den Himmel. Hey, ich hab mit Hayley, einer Straßenkünstlerin gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade. Aber ich wusste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, und kannst du Gebärdensprache? Sie ist taub. Ja, kann ich. Ich hatte letztes Jahr eine Eins. Cool. Bis später. Ich sollte weiter nach dem Nu-Form suchen. Es wird Zeit fürs Theater. So. 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 Oh, das war's so. Mr. Krieger, Sie erzählen überall von großen Nutzen Ihrer Nu-Form-Reaktoren. Der Erste soll bald in Harlem an den Start gehen, aber es gibt auch kritische Stimmen. Jonah, lassen Sie mich zuerst sagen, welche... Oh, das ist ein Verbrechen. Auf Spiderman! Auf Spiderman! Wir brauchen ihn lebend! Oh, okay. Ihr wollt es wohl so. Yo, 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 yo! Lange hält er nicht mehr durch! Ja. Auf wieder passen! Aushalten! Aus realmente etwas damage. Auf gleiche. Oh, Felix. Wie 곰룩 ich jetzt? Ja. Anfonz besser? Wohl, warum bin ich denn? Was ist das denn jetzt? Ich sollte weiter nach dem Nuform suchen. Es wird Zeit für das Theater. Wenn ich herausfinden kann, was Finn mit dem Nuform vorhat. Und es hier wegnehmen kann. Wird's ein guter Tag. Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Also ich fand ihn gut. Ja! Vielleicht sind sie nervös, weil jemand in den Fisk Tower eingedrungen ist. Wer würde so etwas tun? Der ist doch immer so einfach. Das ist dein Plan. Ein blöder Plan. Ja! 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 Es ist aussichtslos! Geschafft! Jetzt zapfe ich den Generator ab. Okay, abgezapft. Alles gut. Jetzt zu den Anderen. Einfach als ich dachte. Oh nein, ich werde einfach nicht aufgehört. Ah, scheiße. Oh. Ja. Oh! Das war knapp, der Mann. Der Mann. Es ist so ziemlich seltsam. Der Mann. Der Mann ist vollenschaftlich. Ich habe ziemlich vieles verloren. Ich habe immer wieder einen Erdbeeren. Und dann? Der Mann ist meist. Ich bin so selbst. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Haben sie mich gesehen? Das geht nicht andersrum! Kein Underground und bald auch kein Generator mehr. Da muss noch einer sein. Oh shit, Digga. Tschüss. Oh shit. Was ist der Sniper da oben? Was ist der Sniper? Oh nein Das wird so heftig Ich stell mir kurz was in den Ofen, ich komm gleich wieder bis zum nächsten Mal Ich werde so einen Unterschied Ich werde so einen Einzelnen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, weiter geht's Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind Spiderman und Rapsom gegen uns Ich weiß nicht, ob wir das hier kriegen Ich hab schon wieder einen falschen Knopf gesagt Das ist nicht so hart Ist dir irgendwo ein Phantom? Die können auch fliegen, ne? Die können auch noch abstellen. Junge, spring doch nicht da drüber Das war der Weg ins große Auditorium Jetzt ist er versperrt Ups Vielleicht gibt's ne Treppe Oder einen Aufzug Hey, ich hab überlegt Was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey Finn Ich bin nicht nur ein Lügner Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten Okay, ja Daran müssten wir arbeiten Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend Dagegen sieht meine Gaming-Ausstattung ja mal richtig alt aus Ja? Finn macht hier echt auf Superschurkenhüll Siehst du das riesige gepanzerte Behälterding? Absolut nicht verdächtig Ob das Nuform da drin ist? Deine Vermutung, ja Von diesem Behälter führen Kabel weg Ich frag mich Die Wand Sie bricht ein Das war's, Wann Finn hat neue Waffen gebaut Extra gegen mich Vermutlich sollen ihre Leute mich im Auge behalten Nummer eins Jetzt noch die andere Warum sollte ich Finn sagen, dass ich Spider-Man bin? Ich glaub, das gefällt ihr... Gar nicht Machen wir eine Pro- und Contra-Liste Pro, sie ist deine beste Freundin Außer mir Contra, sie ist Tinkerer Pro, mit ihr zu reden ist einfacher als weiter heimlich zu agieren Contra? Der andere Spider-Man war deutlich Sie lag niemanden, wer du bist Du hast es mir gesagt Wenn sie weiß, dass sie gegen dich kämpft Verlingt sie sich vielleicht alles nochmal Vielleicht hast du recht Ups Okay, das sind zwei Hoffentlich geht das gut Was kann schon groß passieren? Sagt der Typ, der 30 Blocks weg ist? Direkt verbinden geht nicht Vielleicht krieg ich mit dem Relaisknoten eine Reihenschaltung hin Das sind drei Noch eine Wo fehlt noch einer? Auch da Warte Hat sich gut Ich seh mir Fenster Am Computer Und roles Ah Achso, das ist schon fertig. Finn pumpt Energie in der Snooform. Das macht es instabil. Lieber meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxson Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer gehen. Aber ich darf das nicht zulassen. Ich nehme das Nuform. Komm schon. Komm schon. Mist, Mist, Mist. Ausschwärmen. Wer ist hier irgendwo? Ich muss das Nuform holen. Danach ist ihre Leuchtstammarmee dran. Nur, um es mal zu sagen. Was, wenn Finn recht hat? Und das der beste Weg ist, Roxson zu schlagen. Finn will nicht nur eine Fensterscheibe anhören. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringen wir das Nuform hier raus. Pass auf. Wir müssen uns nicht nur um mitlassen. Es ist mir ein Bustor. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Und ausgemacht. Kommt der auch her. Kommt, hier ist noch Platz. Kommt der Lampe. Sind aber starke Lampen hier. Kabel. Die alles tragen können. Schon gehört, dass Beth seit der Brücke krank ist? Wissen doch alle. Wer Nuform in die Lunge kriegt, ist tot. Und es stört dich nicht, dass Tinkerer uns diesem Zeug aussitzt? Wenn du knacken willst. Nur tu. Ich hab keine Angst vor einer Dose. Sei still. Der Stadt ist nicht bereit für uns. Alter, wie viel das sind. Alter, wie viel das sind. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Du bist einies. Komm jetzt raus, Spider-Man! Oh, den muss ich wieder gesehen. Oh, den muss ich wieder sehen. 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 Ich war noch gar nicht am Boden. Oh, den muss ich wieder sehen. Okay. Und jetzt zum Nuvor. Okay. Oh, nein. Das kannst du nicht haben. Tinkera. Oh, den muss ich wieder sehen. Oh, den muss ich wieder sehen. Das hättest du wohl gern. Hey Genki, hab Fim getroffen. Was ist los? Sie hat das Nu vor. Ich folge ihr quer durch Manhattan. Shit, okay. Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1, fange sie. Schritt 2, ich spät mich wieder. Los, los, los. Los, los. Das ist zwischen mir und Broxon. Selekt die ganze Stadt. Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? Ich hoffe, ich bin nicht müde. Es läuft nicht gut. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich weiche Explosionen aus. Ich brauch ne neue Strategie. Ich mach, was du gesagt hast. Ihr die Wahrheit haben? Ja, sobald ich sie habe. Tick her up. Ich muss dir etwas sagen. Mach langsam. Hältst du mich mir blöd? Es ist wichtig. Ehrlich. Zurück, Spiderman. Upsa. Oh, dass Spiderman ganz schön belastet. Oh, shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Hoff, der Schiff ist okay. Ich sag's dir zurück. Wow. Warum hat die Todesräder herkommt? Ich bin's. Der Mois. Meine Mom würde sich aufregen. Miles? Miles, meine doch. Könnte mir hier... Jetzt feiern, schärf da! Keine Bewegung! Hätte besser laufen können. Hat wohl ne Rippe erwischt. Oder drei. Hey, wie lief's mit Finn? Nicht so toll. Bist du noch bei uns? Ich bin jetzt zu Hause. Meine Eltern kommen nächste Woche zurück. Ich wollte putzen. Ich komme aber gern wieder zu dir. Hey, schon gut. Ich me- Schon gut. Können wir auch noch kein Neul leisten. Scheiße. Wie später. Und jetzt? Oh, das ist gut. Ich hab drei Fähigkeitsfunktionen. Ich hab drei Fähigkeitscheid. Jetzt bin ich hierher. Ich hab zwei Fähigkeitscheid. Ich hab drei Fähigkeitscheid. Ich habe mich für einen neuen Fähigkeitscheid. Ich bin jetzt ein Fähigkeitscheid. Und dann machen Sie die Fähigkeitscheid. Ich habe zwei Fähigkeitscheid. Aaron, ich brauch... Ich brauch einen Rat. Worum geht es denn? Einfach alles. Hast du Zeit? Ich kann... Das hier verschieben. Ich ruf gleich zurück. Danke dir. Dann bis gleich. Ich hab keine Ahnung, wo Finn ist oder das Nuvo. Ich sollte irgendwas machen, bis Onkel Aaron Zeit hat. Alter, ich will Aktivitäten. Richtig viel. Eine Spielzeugsammelaktion von Fies? Da können Sie sicher Hilfe gebrauchen. Okay. So? Okay. Okay. Hey, Spider-Man, ich bin Sam. Bei meiner letzten Inventur waren es ein paar Hundert zu wenig. Wurden sie gestohlen? Ich weiß nicht, aber heute zum Beispiel sollten zwei Laster zum Sammeln unterwegs sein. Laut unseren GPS-Geräten sind es aber drei. Da stimmt was nicht. Da hat sich wohl jemand angeschlichen. Wie soll ich rausfinden, welcher es ist? Wenn du ihre Nummernschilder überprüfen würdest, könnten wir sie hier abgleichen. Du kannst auf mich zählen. Genki, es fährt gerade ein Feast-Laster zu viel durch die Stadt. Ich brauche deine Hilfe. Hm, du könntest mit der Kamera im Anzug die Nummernschilder fotografieren und ich gleiche sie mit gestohlenen Autos ab. Versuch's mit dem Laster da. Let's go. Funktioniert. Okay, ich hab die Lasterposition von Feast. Du solltest sie jetzt sehen. Knips die Nummernschilder, damit ich sie vergleichen kann. Du bist der Beste. Ich schick dir die Fotos. Ich muss das Spielzeug für die Kinder finden. Mann, dieser Feiertagsstress ist echt hart. Was ist denn an Wacke? Sch %19 die Nummernschilder überprüft? Die Kamera dem Beste, può? WHAAAAT? Okay, suche Leucht. Der ist okay. Such weiter. Für ein gutes Foto muss ich nah ran. Okay, Suche Leucht. Bingo, folgt dem Laster. Oh. Ich will nur nicht, dass du mich vor Joe wie ein Idioten dastehst, okay? Das ist sein Ding. Spielzeug-Clauen? Ich meine, die Kinder freuen sich doch daran. Hey, ich hab auch nie geschenkt, ich hab mir nicht geschadet. Genau. Klingt als stiehlen sie das Spielzeug für ein schmutziges Geschäft. Und dieser Joe hat das Kommando. Wie finde ich ihn? Fotografiere ihre Gesichter, dann jage ich sie durch eine Gesichtserkennungssoftware. Vielleicht gibt es ja Treffer. Okay. Ich werde mich sicher tarnen müssen, wenn ich so nah ran will. Kurz WC. Jojo. Hm. So, da fährt er die Gesichter, da hoch vorbei, da. Das Gesicht ist nicht deutlich genug. Ich verarschen. Oh, da fährt er, da fährt er, da fährt er. Oh, da fährt er. Ich starte den Endgleich. Einen Augenblick. Kein Treffer. Aber schönes Foto. Boah Junge. Wir werden oben ansteigen. Die Kaffee wird in den Kaffee. Die Kaffee wird in den Kaffee nicht zur Verfügung. Auf die Kaffee wird in die Kaffee nicht gestorben. Die Kaffee wird in die Kaffee nicht geflogen. Die Kaffee wird in die Kaffee nicht geflogen. warum geht das nicht ich verarsch das geil ach du scheiße Wenn ich getarnt wäre, könnte ich viel leichter Fotos machen. Ach so, ich habe Tarnmodus vergessen. Alles klar. Ich sehe in der Polizeidatenbank nach. Nichts. Die Unschuld in Person. Nächster. Klasse. Fotoabgleich läuft. Das ist unser Joe. Folg ihm. Ich bin gleich da. Das müssen die Käufer sein. Sobald sie zusammen sind, kannst du die ganze Operation hops nehmen. Hops nehmen. Ich komme gleich zum Punkt. Das hier ist das angesagteste Spielzeug der Saison. Diese Spiderman-Figuren bringen doppelt so viel wie letztes Jahr. Aber weil ich gerne mit euch Geschäfte mache, kriegt ihr Mengenrabatt. Mit ihr Mengenrabatt solltet ihr eigentlich tausend tausend kosten. Wenn so was abgemacht. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Die Spielzeugfirma hat gestern gesagt, dass wir die Nachfrage nicht bedienen können. Unser Spinnenfreund hier ist also noch wertvoller als wir dachten. 60. Willst du dein Kind ins Gesicht schauen und sagen, es bekommt die neue Spiderman-Figur nicht, weil sein Dad leider ein Geizheit ist? Ja, ja, wie auch immer. Also, wie sieht's aus? Nein, ach komm. Nein, ach komm. Das ist nicht gerade der Weihnachtspflicht, Jungs. Keine Chance, Kleiner. Ich hab aber den Span... Oh. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nice. Hey Sam, ich hab das Spielzeug. Ich schicke dir den Stand um. Du findest alles an den Docks von Midtown. Ah, das freut mich wirklich. Ich komme sofort dorthin. Wie soll ich dir nur danken, Spider-Man. Das rettet vielen Kindern die Festtage. Ich werde das Spielzeug sicher zurückbringen. Keine Ursache, Sam. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Nice. Gibt es was Besseres als Spielzeugdiebe zu fassen und Kinderaugen strahlen zu lassen? Du sagst es. Und ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Hey, Neffe. Treff mich bei den Docks in Hell's Kitchen. Ich komme. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ach so. Ich kann nur zwei machen. Hm. 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 Was mache ich denn jetzt mit Finn? Nochmal mit ihr reden? Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, was ich sie belogen habe. Das wird nichts. Du musst landen. Geht nicht. Jemand blockiert die Steuerung. Das wird nichts. Aber das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Dann bin ich mit einem Geist – Das ist alles. Das ist alles. Was? wie sollen wir treffen was wir nicht sehen ok los das versteht mir nicht noch alter die 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 Sarah, wie sieht's aus? Sarah? Was soll das hier sehen? Schon unterwegs. Ja. Ich muss den Transmitter lahmlegen. Ich habe zwei weitere Transmitter. Hey, Proxxon-Typ. Alles klar? Nein, wir sind stabil. Die Steuerung zählt noch, aber wir sind stabil. Okay, wir gehen jetzt weiter mit dem Transmitter. Ja. Da. Der Heli ist frei. Roxxon ist trotzdem noch hinter dir her, aber verschwinde erst mal. Damit sind wir quill. Ja. 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 Oh. Oh. Dein Geist. Ich sagte doch, dass es hier spuckt. Okay, Leute. Jetzt bin ich erst mal essen. Oh, mach's gut, wir sehen uns später oder so, toll, bis dann Thomas, vielleicht später in der Rakadan oder so, ich hasse jetzt erstmal eine schöne Runde, einen guten, danke, bis dann. So, ich habe jetzt einen guten Runde, einen guten Runde, einen guten Runde, einen guten Runde,